... Prima, Direkta kommt jetzt außen heran. Alle sind in Position und boxen auf zum neunten und letzten Rennen, dem Adlerflugrennen. Jan Kett am äußeren Flügel und Big Red Dragon in der Bahnmitte sowie in den Kepler. Das sind die ersten drei, vier Pferde unter der Führung von Kepler, galoppieren die Pferde auf das Ende der Gegenseite zu. Kepler vorne weg, dahinter dann in zweiter Position Big Red Dragon. Ganz an der Außenseite ist auch Dannon Perth mit in vorderer Linie. Die Pferde gleich ausgangs der Gegenseite mit Big Red Dragon mit innen Kepler. Außen dann Dannon Perth in dritter, vierter Spur. Dahinter dann Prima, Direkta mit Junk Kett. Dahinter sieht man dann Black Cool Cat mit Pantella. An der Außenseite Florentino und Ancient War am Ende des Feldes. So geht es gleich in den Einlauf hinein. Unter der Führung von an der Außenseite in der Bahnmitte jetzt Prima, Direkta. Prima, Direkta ist vorne. Daneben wehrt sich dann an der Außenseite jetzt Big Red Dragon. Kommt besser in die Partie, aber Prima, Direkta. Prima, Direkta ist an der Spitze. An der Außenseite, da ist Big Red Dragon mit dabei. Aber Prima, Direkta wird nach Hause kommen und gewinnt dieses Rennen. Prima, Direkta gewinnt. Das ist der zweite Erfolg während der Woche vor. Big Red Dragon und Black Cool Cat. Dahinter dann Dannon Perth mit Kepler, Florentino, Ancient War und Pantella. Vielen Dank. Er wird nach Hause kommen und gewinnt dieses Rennen. Prima, Direkta gewinnt. Das ist der zweite Erfolg während der Woche vor. Big Red Dragon und Black Cool Cat. Dahinter dann Dannon Perth mit Kepler, Florentino, Ancient War und Pantella.